Hier siehst du mich gleich bei einer meiner Lieblingsaufgaben, während rundherum der Frühstücksservice in vollem Gange ist. Beim Check-In und Check-Out habe ich den meisten Kundenkontakt und kann zum angenehmen Aufenthalt des Gastes beitragen. Das beginnt mit der Einbuchung ins System und endet mit der Nachbearbeitung. Nach drei Jahren HTL wollte ich unbedingt eine abwechslungsreiche Ausbildung, in der ich das Arbeiten am PC mit direktem Kundenservice verbinden konnte. Und schon sind wir sieben Etagen höher in unserer Rooftop-Bar. Hier mixe ich gerade zwei Longdrinks für diese Ladies, denn zu meiner Doppellehre gehört das natürlich auch. Das Schönste an einer Ausbildung in der Gastronomie ist, dass dir die Welt offen steht, weil überall gute Leute im Gästeservice gesucht werden. Wenn du kontaktfreudig, verlässlich, pünktlich und hilfsbereit bist, wäre das auch genau das Richtige für dich.